Damit du das wieder wechselst. Ja, ja. Ich fühle mich gerade irgendwie wie ein Cyborg. So, also wenn wir hier lang schwimmen, kommen wir ja großartig nur raus. Wollen wir es riskieren? Ja. Ja. Wollen wir schon wieder so fucking Drecks, ey. Das liegt doch an dem ganzen Scheiß hier. Ich bin weg. Das lag halt doch an dem ganzen Dreck, der da rumgeflogen ist. Hm. Genau, Meven. Was machst du? Nein, nicht mehr. Ja. Ja, ich sehe eine Pärleck, das da ohne bei mir. Da spiele ich noch eine höhere Auflösung. Du, warum kommt mal eine Katze nicht mehr nach Haus? Du, warum sind hier Mutantenbabys? Ach, stimmt ja. Ach, stimmt ja. Da gab es ja auch was. Oh, so da. Okay, die nehm ich. So, Stöggis und da. Weg da. Ey. Oh, da ist nix. Und da geht das Gelänge wieder los. Planchespaß. Oh, nee, du. Jedes Mal tragen und jedes Mal nicht einfach. Ist hier nicht das Tor? Ja. Ja, ist es. Aber ich muss mich erst mal aufwärmen. Ich kann auch. Hier komm ich wie ein Tyrox mit auf. Die noch nie. So, Tyrox, willst du die Steine drauflegen? Was für Steine? Ja, die musst du da drauflegen. Geht das Tor auf. Ich hab' ihn mal, Leute. Ui, Ui. 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 Da bin ich. In 93 Jahren. Oh, ne Bibel. Scheiß auf die Bibel. Ui. Wie kann es das? Oh, hier ist n... Hier ist n schönes Bild. Oh, das häng' ich mir auch auf. Nochmal ne moderne Axt. Eik, hier war auch ne moderne Axt drin gewesen. Nein, das ist ne andere. Nein, das ist ne andere. Das ist ne rostiger. Ist das die Verbesserte? Nein, die moderne ist die Verbesserte. Das ist die rostige Axt. Die... Ja. Die macht weniger Schaden, blockt aber mehr und du brauchst mehr Geschwindigkeit. Also, die haben alle Vor- und Nachteile. Ach, hier sind die alle verbrannt. Oder so. Naja. Okay. Geht schon. Hättest du mal nicht gesagt, wärst mir hinterher gekommen. Nur der Teilhaut, der hätte nie gewusst, wohin muss. Ich weiß immer... Ja, wow. Was haltet ihr ihr von eigentlich von mir? Komm, das Arschloch kann selber schwimmen. Wenn wir jetzt das aussprechen, tötest du uns dann? Nein. Nein. Dann sag ich's nicht. Hallo. Wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Boah, ich... Mein Gesicht ist... Direkt in... Alles klar. Wie immer du gegessen hast. Ich kann's intensiv riechen. Ja, das ist schönes Chili con Carne mit Kräutermischung aus dem Wald. Boah! Boah, erst mal auf. Ja, das ist so an. Leute, wartet auf... Ja, ja. Hallo. Schon mit dem Ding an der Fresse. Oh ja, oh ja. Mal ausziehen aus der... Stimmt. Ach nee. Wieder anziehen. Das zieht sich von allein an, glaube ich. Das will ich. Ja. Das ist cool. Ah, jetzt könnte man die extra Rezepte holen gehen. Die ersten zwei. Boah. Braucht man nur... Bräuchte man nur ein Boot dazu. Ich hätte jetzt Bock auf die neuen Rezepte. Warum seid ihr so schnell? Äh, sprinten? Ja, mach ich doch. Ja. Ich komme einfach nicht hinterher gerade. Ach, hier sind wir wieder bei dem großen See. Mit Enten. Äh. Ich folge dir mal, lieber Eik. Aber warum? Kommt doch da an, wo... Ach, da! Ja. Da ist das Loch. Ja. Da ist das Loch. Okay. Ja, da war's dann. Oh, hier sind ganz, ganz viele Enten. Ja. Wie der auch wieder runterkommt. Nach dir. Ach, Tirox. Ja? Wie dämlich das aussieht, wenn du die Mutantenhaut in deinem Unterarm hast und hier lang schwimmst, als ob du so ein Mutant wärst halt. So ein Krüppel mit übelst fetten Armen. Guck mal, wie findest du meine Schuhe? Hier ist kein Schnee. Noch nicht. Noch nicht. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich hab mir die trotzdem mal gebaut. Ich weiß trotzdem, wo ich hingehe. Bambi, 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 Bambi. Was, warum folgt ihr mir? Weil die sind drei Bambis, du. Leute, dann... Tyrox packt das Ding weg, das brauchen wir dann. Zum Bäume fällt. Wir bauen uns jetzt ein Boot. Ja, die neuen Rezepte. Genau. Tyrox. Juhu. Ich möchte Bambine töten. Nein, du tust jetzt Bäume fällen. Was ist da drüben, die Insel? Nein, nicht ganz. Ich weiß halt nicht, wo die Insel ist. Ja, hinter dir. Ja, mach den mal weg. Ich versuch's, aber der ist schneller. Hallo. 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 Ich brauch wieder zwei Rüstungsteile. Könntest du den mal verbrennen, Melvin? Ja. 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 Na, ich mach. Oh, ein Rammler. Da müssen wir schon wieder jemanden. Oh, das ist gut, denn ich brauch echt zwei Rüstungsteile. Die bekommst du fertig. Ja. Die scheiß Leck vorhin ist es echt flöten gegangen. Mit dem Boot werden wir dann auch so nah wie es geht bei uns an die Küste fahren. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ist er. Oh, nur noch ein Holz. Könnten sogar zwei Boote bauen mit dem Holz, was ich gefällt hab. Teil Rocks wieder auf geheimer Mission. Undercover. Da ist ein Container. Ja. Ja, stimmt. In dem E-Container ist ja auch noch ein Bild drin. Das haben wir auch noch nie geholt. Oh, ich will das Bild. Da ist ein Vogel. Gut. Na gut. Ist nix. Wenn dir keine Fehler mehr geben willst, dann ist es richtig. Wow. Was ist denn was? Teil Rocks ist kleine Vögel. Iiiiih. Vor allem die Babyvögel. Der Kannibale. Der lutscht auch Schlangeier aus. Iiiih. Mach ich ja. Du hast bestimmt auch eine Schüssel voller glitschiger Menschen oben auf dem Nachttisch und denkst so am Abend, hm, ich hab mal Bock ein Auge zu lutschen. Und was machst du, Teil Rocks? Ach, ich lutsche ein Auge. Ich komm einfach mal rum, Gitarre. Das sieht so blöd aus, von der Ferne aus, wie du Ruder hast. Das ist so. Uiih. Weißt du was? Denn du dann. Ey, jetzt noch so ein Lied drallern. Vor allem, guck mal, wir können die Insel verlassen. Teil Rocks, machs gut, wir verlassen die Insel. Kann ich hier auch ... Das geht nicht. Da kommt die Sperre geflogen! Da kommt erst mal eisgehalten Sperre geflogen! Scheiße. Getroffen. Was ist los Teil Rocks? Ich hab keine Knochen mehr. Wieviel brauchst du denn? Einen. Ja? Wie fährt man das Ding? Mit der Maustaste. Hä? Ui. Achso, oh. Bist du noch nie Boot gefahren? Naja, nicht so wirklich. Okay. Naja, hat er Päsch, wenn er nie kommt. Achso, Tirox ist getreilt. Es gibt Haie im Wasser, nur mal so zu empfehlen. Es ist mir doch scheißegal, ich will flüchten hier. Witzig verarschen. Lass mich mal bitte ins Steuer. Ja, Japaner waren eh schon immer die Besten. Aber wenn ich sonst eh noch so, dass wir gut sind. Jetzt bitte noch so Musik. Ike muss was singen. Wie in Paris, diese kleinen Boote, wo dieser eine singt. Äh, Paris? Ich glaube, der meint es hier. Venedig. Genau. Das ist in Italien. Ey, Melvin. Ich war voll verwechselt. Alles auf Video. Fuck. Achja. Nicht mal... Ernsthaft? Ich werf euch gleich von Bord! Ich hab' euch kleiner! Ich hab' getroffen! Hey, was machst du hier eigentlich? Wirklich schlecht! Deswegen ja! Achso, bevor ich's vergesse! Hä? Oh! Warum? Hier! In die Augen! Ah! Ah! Also wärst du jetzt runtergefallen, ich hätte dich nicht geholt! Und ich muss jetzt mal... Leute, jetzt sind die hier... Na? Na, na, na! Na, na, na! Wie geht das Unkraut? Das kann auch... Das geht sogar, ne? Na, 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 na! Na, na, na! Na, na, na! Da gehst du das Boot ab und wir sind auf dieser Insel gefangen! Ja, und? Dieser Pupsinsel! Na, 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 na! Na, 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 na! Hier, ich geh hinter Alk! Aber warum fehlen mir zwei Rüstungsteile? Kann ich mir das einer verraten? Hast du den nicht zusammengebaut? Doch, aber nicht angezogen! Boah! Ey! Ja, da bin ich auch noch eins! Nee, nee! Ich komm gleich wieder! Ich muss noch was gucken! Jo! Hier! Jetzt zum Beispiel was für... In die Luft jagen! Boah! Das will ich machen! Ich brüte was aus! Boah! Das ist nicht dein Arm! Ich glaube das war knapp! Äh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen! Ich will mir die Rüstung... Eine Mutantenristung! Oder? Nee! Doch nicht! Das war doch in der Nähe von dieser Insel! Das ist doch aus! Unkraut! Du hast nicht diese eine kleine Insel, die da drüben? Nee, das war in der Nähe der Container und dieser Insel, wo wir... der Höhle, die ich dir geschickt habe, wo es das ganze Dynamit gab. Wie wir bei Cybert auf dem gehosteten Server auch hatten. Wir treten das scheiß Boot gerade. Ja, viel Spaß mit dem Heim. Scheiße, ich hab hier es wirklich... Nein! Nein! Ich bin runtergefahren! Ja? Gut, gut, gut! Wir bauen uns einfach ein Leben auf der Insel auf. Wir bauen uns einfach ein neues, genau. Ja, mit was für'm Holz? Äh... Also das Kackhausloch habt ihr ja schon. Mann! Schwimm wieder runter! Ich weiß nicht... Hä? Ich schwimm da jetzt rüber und baue mir selber ein Haus. Vor allem, wenn ich... Wenn ich stehen bleibe, rutsch ich vorm Dings. Weil Tyrox nicht drauf ist. Ach, da seid ihr ja! Jetzt geht er... Fuck! Ey, nee, komm! Ich kann nichts dafür! Ihr seid wirklich runtergerutscht gerade! Ey! Alexa ist gerade eben bei mir. Einfach so random angegangen. Das meine ich, Eyck! Ich hab's gerade gehört! Es wird Zeit, ins Bett zu gehen! 22.30 Uhr gehst du ins Bett? Nein, neben nicht! Ey, was bist denn du für einer? Ich bin ein Rebell! Ich geh 22.35 Uhr ins Bett! Puh! Oh, Mann! Mann, bist du was! Oh Gott! Alexa, spiel! Äh, Dings, äh, fuck! Spiel What the Fox, ey! Oh, nee! Nein, bitte nicht! Nein, bitte nicht, weil... No, und... Copyright! Ja. Alexa spielt Copyrighted Seemusik! Ey! Wollt ihr mich verarschen? Die Tyrox vorm Bord! Das war euer Plan! Ah! Leute! Dann holen! Okay! Oh Plan! Ja! Hä! 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 dahいい! Da gibts nichts, ne? Ach, nur willkommen! Äh! Äh, eh, äh! Ach, so stimmt der dachte auch nicht. Bitte was? Bis zum nächsten Mal.